Ich will König werden, sagt der kleine Abimelech. Und auch als er groß ist, hat er noch diesen Berufswunsch. Schwierig für ihn, denn es kann ja immer nur einen König geben und viele seiner 70 Brüder haben ausgerechnet das gleiche Ziel. Um König zu werden, macht Abimelech erstmal so eine Art Wahlkampftour bei den Verwandten seiner Mutter. Und die finden ihn gut und geben ihm sogar Geld für die königliche Schatulle. Väterlicherseits sieht die Sache anders aus. Abimelechs Brüder wollen ihn halt überhaupt nicht als König sehen. Und was macht dann so ein selbsternannter Monarch vor fast 3500 Jahren? Richtig, er bringt seine Brüder einfach um. Abimelech ist jetzt ein mächtiger König und bereit mit aller Härte zu regieren. Was würdet ihr mit so viel Macht machen? Wenn ich ganz viel Macht hätte, würde ich die Macht abschaffen, dass keiner mehr Macht hat und niemand mehr irgendwem sagen kann, was er tun und lassen soll und frei leben kann. Ich glaube, als erstes würde ich die Kriege beenden, die auf der Welt so zur Zeit herrschen und Frieden schaffen. Abimelech regiert mit grausamer Härte, brennt Städte nieder und bringt Menschen um. Gelohnt hat es sich für ihn nicht, denn als er mal wieder eine Stadt zerstören will, wirft eine erzürnte und verzweifelte Stadtbewohnerin einen großen Stein auf seinen Kopf. Abimelech überlebt das nicht. Tja, der Weg zur Macht ist buchstäblich steinig und Macht bekommt man nur geliehen.